Wie lange spielt ihr noch? Nicht mehr lang Wir sind gleich raus, wir machen nur ein Custom-Game gerade 5 Minuten? Maximal Dann geh ich mal eben schnell duschen Also ich kann ja hier erstmal nochmal runterscrollen, ne? Jebotex Hört man mich? Hallo? Aufzeig sind die Champions-Charts Alter, deine Skins Ja, meine Skins sind völlig normal, ok? Alter, der Stuhl Ja, der ist jetzt auch auf YouTube, mein Stuhl Also wir fangen an mit den Dingern, weil die sind absolut Ja, die sind halt einfach, mach bitte auch Ich mach einfach 10 direkt Ja, weil das wirklich nur Blu ist, wenn's du kriegst Also man kriegt ganz selten da draus, glaub ich mal, irgendwas anderes Seraphine Endstone kriegst du, wenn's ne... Einfach noch dieses zweite Lier da Ja, das ist so dumm Ich hab immer 3 Warbik Ich hab jetzt schon Spaß Ja Ganz kurz, ich hab jetzt schon mehr Spaß Das war's, als ich bisher mein Leben mit League of Legends hatte Schon ziemlich traurig eigentlich Oh! Alter, da war's Da war's Legend Eleven Geil, Alter Oh mein Gott Emote Ah ja, das sind für den ganzen Level-Ups Ja Oh nein Chiana Oh, Gemstone Ey, am Ende hast du halt 3 Gemstones gehst holen Schroren Macht das weg hier Nein, machen wir rein, ich würd's nur so oft machen müssen wir's noch nicht OOOOOO UOOOOO Ich mach jetzt den Clash aus. Ja, von unten an. Neunter Platz! Ja, er ist 16. Ja, 16. Schlechter geht's ja wohl nicht. Oh, 3-Win XP-Boost! Geil, ein Icon. Das Icon ist aber schön. So, danach... Ja, das sind die 16er Brackets. Ja, dann neunter. Uh, der ist süß! Da kriegst du ja nicht mal ein Ticket raus, oder? Ne. Äh, ne. So, der Ward ist voll cute. Ja, Digga, die ganzen XP-Boosts. Ich weiß gar nicht, ob die gestackt werden. Ja. Dann ist geil. Das Spiel zu einem Game gleich mit Level 300. Du kriegst einmal 100 Level weniger. Oh, der war schön! Der war wunderschön, ja. Ja, Ward? Ja. Da sind nicht der Shopkeeper! Ewig haben wir drauf gewartet, Pascal. Der Blumenwort, der ist schön. Aber der andere ist auch schön. Ja, der Shopkeeper-Icon ist eigentlich viel wichtiger, weil das ist nämlich unser Standard-Icon, und das können wir da jetzt auch mal im Hörnest. Nicht upgraden! Irgendwer das nicht hatte. Wir könnten das aber nur auf Rand spielen. Geil, Poolparty. Ja. Ey, wie viel... Wie viel fucking Clash schon gezockt hast? Das ist auch disgusting. Ich kann nicht... Wir müssen Kreuzi auch nicht mehr wegmachen. Ja, du musst es immer machen, weil sonst musst du am Ende Ja. Ja. Wobei, ich warte dann und mach die hier. Irgendwann hat der Client auch sein Nenner. Ist da ein Icon, das Playmaker ließen? Ja, ne? Irgendwann schürzt aber der Client ab. Ja, glaub ich nicht. Das ist so... Wie will... Echt? Ja, ist das richtig? Da kommt noch einer. Ja, ja. Du hast... Dem anderen hast du sogar acht. Ja, ja. So, jetzt sechster Platz hier. Ich stelle mir grad vor wie so ein Ride mit einer. It's happening! It's happening! Wuuuuh! Die haben auch grad einen Stream am Laufen. AI-Agent, Junge. Ja. Geht's dem gut? Lass mal RTW rufen, der fährt da vorbei. Alter, jedes Mal gibt's da drei Dinger bei acht. Scheiße. Ja, ich mach das jetzt so. Ich klicke das da oben jetzt nicht weg. Das ist wirklich zu blöd. Oh, ist jetzt schon ein bisschen gering. Der ist aber einen fucking Autoklicker installieren müssen. Ohhhh! Ohhhh! Hextech, Mann! Ohhhh! Der ist der... Big Hit! Big Hit! Ich hab' eigentlich ne gute Idee. Verkauf alles und nenn dich ganz oft um. Ne. Jedes schon mal ein anderer nach. Im Game. Ich will mich nicht ändern. Puckly Game 1. Puckly Game 2. Uh, das will ich nehmen. Oder du passt dich immer deinem Level an. Das ist doch richtig unnötig eigentlich. Okay, ey, du musst aber dann noch Account Giveaway machen. Nö. 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 Alles für mich. Kannst du denn verkaufen? Ist ja im Zweifel so 200, 300 Euro für Minimum. Hey, also... Mein Account ist eh schon Ultaklicker wert. Ah, da war ein Clash-Deckel. Da war ein Clash-Deckel. Ich hab' ein Clash-Deckel gesehen. Sonst ist jetzt Platz 4, ne? Ja, muss ja... Ne, 3. Ne, 3. Das sind Fisk. Baume City Poche. Kein Waffe. Du hast also so unfassbar viele Icons jetzt einfach. Jaaah. Ich glaube, du hast da noch einfach so jeden Emote ausgegeben. Was war da? Koinami war der Mann. Kannst du drauf gehen? Da. Der erste Skin von vielen. Der wird natürlich sofort eingelöst. Reboid. So. Der ist super. Der ist super. Das Ding ist so ass. Ich hab den Skin gesehen. Der ist cool. Ey, ich seh da oben grad hier ne. Das hat sich noch nicht geändert seit so fünf Minuten. Da ist vielleicht ein bisschen was gestackt. Die stacken sich. Oh der ist aber geil. Okay. Ey. Oh der ist cute. Jetzt kommt vier mal mit der erste Platz hier. Jetzt kommen sie ganze Skins da ran geflogen. Oh der ist geil. Oh der ist geil. Nochmal der Board. Oh das ist auch cool. Das ist cool. Oh. Nicht so schnell. Hallo. Was ist ein überschwungen? Ja der war auch nicht so gut. Den Frozen Lockdown will man auch nicht sehen. Der hat der zwischen noch einen gehabt. Ja. Jetzt konnte man das nicht mehr ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weihnachtszeit geht los. Oh. Weihnacht. Oh du. Der war süß. Der ist süß. Der Set ihm auch geil. Oh mein Gott. Das ist die letzte. Dann ist schon zu Ende. Dann ist vorbei. Oh der ist extrem geil. Nein. Der ist wirklich fantastisch. Aber du hast nicht genug gerauschene Setzen in den. Ja genau. Wahrscheinlich ist. Daran wird es scheitern. 3.50 reicht wahrscheinlich nicht. Ne. Und vor allem auch wenn er dann erstmal rerolled hat. Mit den ganzen eSports capsulern. Dann wirst du so viele doppelte Icons haben. Ja. Den haben wir alle aufgemacht hier. Weil er macht zuerst die World's Dinger auf. Ja. Weil die World's Dinger. Da kriegst du eSports kapseln wieder raus. Ja. 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 Wie lange hast du das angespart? Eine Season. Eine Season? Ja. Was? Als ob man da so viel Shit kriegt. What? Niemals. Doch. Doch. Die Sucht hat er doch übel. Ja. Das Emote kann nur bis zwei staken anscheinend. Weil du hast zweimal dieses Kamel Emote bekommen. Und danach nochmal eins. Oh nochmal eSports. Oh. Hextechts. Zweimal. Zweimal Hextechts. Scheiße. Hä. Warum hast du so gute Sachen daraus bekommen? Neuen. Ja. Echt. Du hast voll Glück. Ja. Ich bin halt einfach eSports-Fan, Leute. Ich hab nur Shit rausbekommen. Ich hab nur Emotes rausbekommen. Ich hab immer nur die Kapseln rausbekommen. Neu. Am Ende nur neun Kapseln. Ah scheiß drauf. 100. 100 eSports-Kapseln. Okay. Let's go. Oh mein. Oh mein Gott. Das sind nur die Dinger jetzt. Alter. Noch ein Outplay? Ach. Das wird jetzt immer das gleiche. Ach du Scheiße. Wenn's ein Icon ist, müssen wir einen Shot trinken. Und wenn's ein Emote ist, zwei. Ne. Zwei Emote tatsächlich. Alter. Digga. 2019 von den MSI-Stickern. Da stand gerade fünf Stück ist von dem Icon. Neun. Neun. Jetzt wär einfach nur ein Zeh. Ich kann auch nicht schneller. Ich spam das schon. Wirklich hier. Ja okay. Ich kann schneller. Aber das ist halt. Ja. Das ist ja gar nichts. Das ist wirklich zu ruhig. Ich glaube nicht. Scream. Oh mein Gott. Magst du danach einmal nachgucken wie viele von diesen Icons bekommen hast? Ja. Das würde mich interessieren. Sehen wir ja nicht. Ich kann am Ende alles nachschauen. Ja. Ich meine ich kann nicht. Ich kann vielleicht äh. Kommt dann auch in die Videobeschreibung am Ende so ne genaue Liste was du im Endeffekt bekommen hast. Kann ich machen. Das geht jetzt sogar. Ja. 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 Ich hoffe dass dein PC ein bisschen leck wird und so viel Schüssel craft es gleichzeitig. Ja. Ja. Aber wie man früher hat in der TNT äh. Äh. Cracky. Okay der Cracky Junge. Was ist das links daneben? Ist das KDA? Äh. Ne das Little Devil. Ja die KDA Dingens muss ich auch noch aufmachen. Die kann ich mir eben auch aufmachen. Ja. Hier wird alles geöffnet heute. Oh. Geil. Alter KDA Autogramm. Sick. Das andere TNT rein machen das Icon. Oh geil. Ey du kannst die ausdrucken. Kannst verkaufen. Schlimmlich. Eine neue Serie. Ich spiel mit jedem Icon einmal. Oh fein Gott Junge. Oh willkommen zu Part 2003. Ich mein guck dir die Zahlen da links an. Ne. Die sind nicht korrekt die Zahlen oder? Du hast von mir Icons bekommen. Äh. Naja das waren halt immer die gleichen. Die Icons sind direkt oder? Ja. Der hat ja Icons doppelt bekommen. Naja tschüss. So. Die Honor kannst du auch aufmachen. Da kriegst du auch. 24 Gems. Mach alle zu Kisten. Mach alle zu Kisten. Nein bitte nicht Junge. Dann wein ich einfach. Ich behalte die einfach alle. Ich behalte die einfach alle. Okay. Weil du die keinen Skin holst. Nö. Die ist schön. Ich hab doch schon über 20 Gems. Die Honor Level Cups sind so schön. Ja aber du kannst doch mit den Gems zu Skins holen. Nen Dingens. Oh. Wichtig. wichtig er hat ganz Prozent erzielt es uns jetzt hier das hat sich gelohnt da nicht gleichzeitig zwei ich kann mal konnten aber jetzt wird es nicht mit der Grenze am Ende hat aber dann hat er aus der Fünfer aus der Fünferkapsel gekriegt gar nichts wichtig er bekommt ja aus der Kiste noch er kriegt mehr aus dem Angriff der ganze Schlüssel ja stimmt ich möchte jetzt erst hier auf das ist ja auch geil ich habe ich noch nicht zwei kauf einfach so jetzt kriegt er noch mal zwölf Dauke Facelizard der war geil Dauke die sind auch permanent also die musste gar nicht kraft das ist ja ja da habe ich gar keine wahl ja die honor 5 tokens ja vor allem die honor 5 tokens die möchte ich mal hier anmerken ich habe jetzt vier stück ich habe mir nichts gekauft die beiden hatte ich so ja damit ich noch einmal alle sehe halt ne im aussehen du musst doch eh besser noch mal neu draufdrücken du kannst nicht einfach bleib auch nicht rum du musst hier jetzt mal nichts noch mal draufdrücken man gibt die 24 skinscharts werden ja eklig ja die werden als vorletztes aufgemacht das wenigstens spannend naja da gibt es immer einen skin also das ist schon geil naja du hast ja auch noch nicht genug ja ja vor allem mit den 63 normalen Kisten die noch kommen und den ganzen anderen Stoff 158 oh mein Gott ja ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen ich würde mir gerne einen Weltrekord anmelden für was ich würde ich meinen ja ok sorry Längste Zeit im League of Legends Luftfahrt du bist einfach 62 Stunden dazu jungen längstes Pack Opening du kannst es einfach Solo schicken so macht man das ich glaube es ja noch nicht anfänger ich habe damals überlegt dass ich die 100 Jams zusammen hatte da irgendwie mit raus zu machen und das alle auf dem Thron zu machen als das ich dann auch gegeiert hatte ich werde jetzt die Key Fragments einmal mein Gott sei Dank geht das automatisch oh mein Gott du bist schon lag wenn es nur auf uns 62 62 62 Keys auf einmal du hast zu wenig Kisten du hast 63 ja ok aber besser so als andersrum wieso einzeln damit wir es uns auch wirklich mal angucken ja ich grüge auch mit dem perfekt oh das wird ja noch der ist auch cute der ist very cute Pascal kann sich da gar nicht so rüber freuen weil der hat schon so viel das ja wahrscheinlich das liegt einfach daran das liegt einfach daran das liegt einfach daran dass ich nicht so skin geil bin uuuu 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 424 du hast jetzt schon 25 ja acht scheiße Nocturno Yeah Jamstones glaube ich eigentlich ich habe 2 glaube je wuuu jetz hast du Nocturn on skin Ja, fahr ich noch schon vor, oder? Habe ich schon. Weihnachten? Was ist Weihnachten? Und wird Red Card-Katharina dabei sein. Oh, das ist die große Frage des Lages. Der ist Ramm. Ich war doch Pex. Pex Jacks oder TF. Mag ich den Wort? Pex Jacks kannst du ja nicht. Wollen wir? Ja. Ripp. Einfach Ripp. Ripp Packlis Finger, Alter. Okay. Oh, please. Immerhin, Katharina. Immerhin muss ich nicht jedes Mal alle die Kiste auswählen. Oh, den finde ich cute. Den mag ich. Sehr, sehr cute. Die Situation von Cutie. Das Fiora-Comeback. Oh, der ist so soft der Skin. Der ist so geil. Der hat aber keinen Mund. Okay. Na und? Der hat aber keinen Mund. Jetzt ist es vorbei. Nein. Das war's. Haltet auch beim nächsten Mal ein. Wow. Jetzt ist halt, jetzt steckt er schon wieder diese Kisten da am Rand. Mhm. Ah. Aschisch-Asch. Aschisch-Kann. Er kriegt ganz schön viele Skins tatsächlich anstatt Champion-Charge. Ja. Uuuuh. Äh. Vor allem aufs normalen Kisten. Der ist auch ne geil. Uuuuh. Wunderschöne Schmecke. Uuuuh. Oh, nochmal. Oh. Bittin? So gut, wie geht's. Du musst es hinhaben willst. Äh. Jaaaa. Wie viele Kisten du aus Kisten gehst? Äh. Junge, es werden halt einfach nicht weniger Kisten. Es werden halt einfach nicht weniger Kisten. Es werden halt einfach mehr, Junge. Ja, es werden immer mehr Kisten. Ja, es werden immer mehr Kisten. Ja, da kommt noch ne Kisten. Okay. Wenn Puckli sich, wenn Puckli sich dann den Finger bricht, dann hat er halt trotzdem noch mehr Kisten als als er angefangen hat. Oh dear. Awww. That's adorable. Also mein Lieblings-E-Mode ist ja immer noch der Schrei, das sollen wir bitte auch kommen. Ah ja, fair. Naja. Nautilus. Ja, Schämpchen sind sowieso jetzt, also... Ja, dann hast du am Ende den meisten blauen Sens von allen Menschen. Den find ich geil. Ich glaub nicht. Das war alles nur von einer Season jetzt. Ja. Ja. Oh, ich wünschte ich hätte die Dingens, äh, die... Oh, das geil. Disziplin, nice. Hab ich auch nicht. Aber es juckt mich aber viel zu wenig. Ich liebe Skins so sehr, wie ich hab jetzt mir gett in die Specserie rein. Haha. Ich liebe Skins. Ich bin ja absoluter Draven-Mam, Leute. Ja, bitte. Ja, bei allen Games auch. Ja, bei allen Games auch. It's not a Draven. Das ist ein Legendary. Warum bitte nicht? Ah, ist der 900. Ja, Draven ist einfach bei der Tag. Uh. Uh. Das mag ich very much. Ja, geht sogar. Find ich eigentlich gut. Der sieht dick ugly aus. Dunkle. Oh, den hab ich, den hab ich auch. Den hab ich auch. Den hab ich auch. Hast du schon aufgesagt. Ich glaub, den hab ich sogar schon. Ey, Christoph, du musst ja Palette der Ari probieren. Ey, ich kann aber nicht Ari spielen. Geiler Wels. Was? Ich kann aber nicht Ari spielen. Ja, und? Boah, wichtig. Gemstone. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Bei wie viel Gemstones hatten wir angefangen? 22. Ey, wieviel Speicherplatz hast du auf deiner Festplatte? Genau. Weil das Video wird ganz schön groß. Äh, 4 Terabyte. Passt. Auch geil. Wird knapp reichen. Zu groß muss, glaub ich, dann doch wieder eine. Ja. Na, wenn du weiter jede Kiste einzeln aufmachst. Oh, nein. Wir werden schon fertig. Wir werden schon fertig. Uh, dort. Er sah gut aus. Also, ich glaub, ich war hier nicht, sonst hätt ich ihn, aber... Ihn games in Daimnis besonders. Oh, ich liebe ihn. Ich hab den auch, er ist so geil. Warum? Da gibt's doch 10 verschiedene Varianten, oder? Ja. Oh, nice. Was ist das für ein langer Name, Alter? GAY! GAY! Der ist nicht so geil wie... Ohhhh! Den hast du schon, oder? Den hast du schon, oder? Nee. Das hab ich noch nicht. Das ist wild. Das ist Maxi. Dann ist noch ein Leona-Comeback vielleicht wieder. Level 7, Leona. Api, Leona, one for all. Oh, Vel'Koz. Oh, Vel'Koz, den hab ich auch mega. Der stinkt selten. Oh, der ist ganz toll. Ich glaub tatsächlich, dass der seltenst gespielte Champion liegt. Ja, super, Vel'Koz. Uh. Lühl-Lühl-Lühlgeschmidi. Schmidt schmd.-لühlü. Ah, wiewi. Sama. Er ist Sandra! Zu Iluh Run in der Ausstellung! Sam revel. Das wird ein Gemstone, oder? Nein er solltentig gemstone. No, nicht qorl da gemstone! Das ist kaputt! Das ist kaputt! Selbst die Animation ist überfordert! Du bist der super-arc gemstone, Junge. A Val Gemstone. Direkt, direkt an Riot schicken, das Video. in der Nähe der Unterrichtungsverkehrs aber alle aber es gibt es jetzt die gerade aber der wurde keiner gut geschlafen in der ich habe auch alle geöffnet werden ja nicht schnell wie er hat und wo er auch noch mal Fiora das ist ein Zeichen Dafür, dass ich ihn erst recht nicht spielen soll. Na? Da lebt er ganz lange? Ja, natürlich. Ich glaube... 4 und ja, so... Big Season. Ja, genau, den hab ich schon. Der ist auch so mau, dieser Skit. Nein, what, Junge, der ist so geil. Der fühlt sich so nice an zu zocken. Ey, es lebt so lange jetzt. Ja, der sieht Dogshit aus, als du zusammen spielst. Oh, geil. Das ist ein tolles Icon. Das war die Kiste, Diego. Das ist schon wichtig. Sultane, Junge. Nice. Der ist hot. Mundo. Nein, der ist hot. Nee, der war meins, lol. Oh, Vigo. Oh, nice. Oh, den hab ich auch, lol. Ja, von Vigo ist nicht so sehr. Ihr seht, ihr seht, ihr seht, auch wenn du so leckst, einfach so eine Kiste noch im Hintergrund so abgezeichnet ist. Ja. Hat sich schon eingefallen, der Kleid. Ja, in meinem Bildschirm, ja. Oder in meinem Augen, oh mein Gott. Der ist auch das Gassing. So ein F*** ist ein Minuteman. Ah, den hatte ich schon. Ach ja, Achtung, in der Kiste ist ein Chaco-Skin drin. Okay. Oh, ich hab's so gefühlt. Ich hab's so gefühlt. Ich hätte es nicht dir sagen sollen. Kragerskin. Kragerskin-Bohnen. Ja, das hat man auch. Jetzt ist Charme. F***, also wenn du kein Chaco-Skin ziehst, das ganze Opening, dann hättest du's dir auch sparen können. Okay, jetzt Timo, jetzt Timo, jetzt Timo. Chaco hat die seltensten Skins, also. Oh, das, das, wieder. Geil. Oh, nice. Oh, diesmal ist es sogar ein Gemstone, kein Schlüssel. Ja, aber noch besser wäre, wenn du, wenn da steht, äh, Schlüssel und du einfach ein Gemstone angetrickst. Ey, der ist, ich seh jetzt Skins, von denen ich wusste, dass sie existieren. Der ist geil, dann bringe ich sie. Ja. Oh, ja. Der ist echt wenige, äh, nicht weniges Skins bis jetzt. Äh, hast du's wieder an? Jaja, ich hätte kurz die Aufnahme... Jaja, entschuldigen, aber du wirst doch hier wieder anhast. Kein Gemstone, es wird n... Erstmal daneben geklickt. Schon erste Schwächeanfälle hier. Ja. Halte durch, Puckli, halte durch. Jetzt kommt noch ein Narskin. Also noch da. Einfach ne Kiste und noch Snowdegrade. Am besten noch ein Gemstone mit rein. Close. Oh, der ist geil. Gibt's ja auch noch. Ich hab grad so Bock bekommen, Leak zu zocken. Das ist disgusting. Leak einfach Glück spielen. FDI 2 machen darf. Ja, Benni, wir denken an dich, wenn wir in uns Rifts sind. Übrigens, äh, da ich Yasuo hab, mach ich mal eben kurz was. Oh nein. Auf dem Zoll! Augen zu! Wunderschön! Ja, also solange du ja so nicht Level 7 hast, kannst du nicht richtig hinten mit dem Chat. Äh, ich sag's nicht, Junge. Ich hab den Level 7. Ja, ich auch. Deshalb können wir auch besser spielen mit... Sag nochmal beide Accountnamen kurz. Ähm... A-E-C-K-W-U-R-S-T-01 Und der andere war N-I-Z-A-R-S-T-01 Oh, die hab ich doch beide schon. Danke. Einmal noch für YouTube, Benni, die, die, die Passwörter, bitte. Der ist so geil. Aber der neue ist noch krasser, der Coven. Ja. Da ist der geilste Ash. Den hab ich auch, den hab ich auch. Der ist scharf. Jetzt kommt aber mein Gaga-Skin. Oh, und der ist, Alter. Nice, Alter. Ich will eine Legendary. Meine Skins sind ja so viel wert, also... Der ist wichtig und wichtig. Ich mein, ich brauch die alle nicht, aber... Sind alle ultra viel wert. Mit dem Prime da. Ja, das Prime mach ich vor den Masterworks auf. So, jetzt mal hier. Rojo. Hab ich schon. Der ist auch nicht so geil. Geil. Hallo, der ist mega. Ich hab gar nicht gehört, wo das Gesicht ist erst. Oh, nice. Und, den hab ich auch. Geiler Style. Ich hab gefühlt richtig viele doppelt. Da gibt ja auch plus 2000, 3000 verschiedene Skins, also von daher. Oh, den hab ich. Ohne Spaß, Karma. Jeder einzelne Karma-Skin ist geil. Fast jeder? Ja. Die sind alle so scharf. Der ist super. Weiß ich jetzt nicht. Dann kommt jetzt ein Nightbringer ja ohne raus. Alter ist auch gut. Sieht einfach aus wie ein Melf halt. Ja. Sieht aus. Ich spiel zwar die Swain, aber alles egal. So. Ich mach jetzt die auf, dann die Skin-Dingles und dann die Masterwork. Ich mach die jetzt auch den Schluss. Ah. Wukong. Jetzt kommt Anivia Series 1, komm schon. Das wär echt geil. Nee, komm. Nee, komm. Dann nicht, okay. Dann halt durch. Und noch mehr Sword-Charts. Oh, ich hab RP. Oh, RP, Digga. Ja, jetzt kannst du Skins kaufen. Was passiert eigentlich? 30 Tage XP-Boost und den Spiel-XP-Boost stacke. Exocenter Draven. Kann krieg ich Center Draven. Geil. Komm, einen Dämpster brauchen wir noch. Aus den drei Monsterwork-Chests. Ja, das könnte, könnte passieren, ja. Ja. So. Jetzt kommen nur noch Skins. Mega. Nee. Ey, du hast nach wie vor keinen Sharko-Skin gezogen. Ich will jetzt nicht unterdrücken. Und auch keinen Gragas-Skin. Habe ich schon. Aber drei Fiora-Skin. Er hat schon einen Gragas gezogen, wenn ich's habe. Über Gragas. Ja, dann sieht man, da sieht man, wer ja wirklich aufpasst, wenn nicht. Aber das geht immer gut. Und der ist so geil. Ja, der ist ein mega geil, der Skins. Und ein Legacy. Nochmal ein bisschen vague hier oben drauf. Ja, die Red Card Katharina kommt nicht, deswegen äh... Der ist nicht fast. Ja, aber er war nur wegen dem Wendworlds. Und irgendwann wusste den, glaub ich, auch Wendworlds nicht mehr umgehen können. KDA, Evelyn. Der ist... Ja, ich finde... All Out... All Out ist noch nicer. Den hatten wir auch noch nicht. Ein Glück. Den Lord Daryl freu' ich nicht. Vielleicht brauchst du ihn ja zweimal. Oh Gott. Ja, wir haben ihn schon zweimal. Hab ich schon nie in ihm gefunden. Ja. Bro. Boah, TF ist ja auch schon... TF-Skin Nummer 3. Ja. 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 Der Wunsch direkt... Machen. Geil. Sieht aus wie Vladimir by the way. Ja, aber wie der hässliche Wladimierskin. Nein, nein, nein. Der hässliche Wladimir ist einfach nur... Der ist wohl nur schockender Wladimierskin. Einfach Jesus. Aurelion's Hool. Der Hackfitcher auch Aurelion'skin. Wow, der ist so geil der Skinn. Schicke 10. Äh, schicke 10. Schicke 10. Pfff. Wow, ey ey. Ich glaub, der schlester Skinn kommt so... Das ist so der Resting. Oh, da ist der Arno. Oh? Jetzt fehlt wirklich nur noch der Sharko-Skin, das ist ja wild. Die Queen kriegt er ein bisschen... Ja, bitteschön. Der kam in Avi. Der kam in Avi. Der kam in Avi. Aber der kam in... Evelyn kann halt Sachen mit ihm machen. Schauen, was die möchte. Ich würde einfach umbringen. Ich würde ja nicht einmal schade. Das ist alles ein bisschen ein Lüchter, wie gerade am... Oh, okay, hab nichts gesagt. Oh, okay. Fünftausendster Aris-Skin. Oh, geil, geil. Der ist sehr nice. Muss ich mal ein bisschen Mystical Leblanc spielen. Oh, ja. Noch mal. Das ist aber vollkommen einer der besten Lüchter-Skin. Ja, aber die sind alle schön für wer? Was ist aber einer der besten? Was? Du lach gesoffen, Alter. Und letzter Skin. Oh, jetzt hast du die beiden Geist-Warwick-Skins. Ja. So. Nein, der beste Warwick-Skin ist der, ist der, ist der im Rot-Caption-Warwick. Nein! 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 Nice, Leute! Antiklimatisch! Oh Gott! Geil! Das war ja immer permanent. Ich hab die schon. Ich hab genau das E-Von schon. Oh, geil ist's. Oh, nice! Oh, nice! Okay. Geil. Ja, damit hat sich die eine Kiste wieder rentiert an der Stelle. Nee, komm mal! Oder, 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 oder? Jams ist das? Nein. Das ist bestimmt orange. Oh, mein Gott. Das ist disgusting. Jetzt die beste Kiste. Nur Orangen-Essenzen. Ja, jetzt nur Orangen-Essenzen. Perfekt. Okay. Hey! Das war's. Aber weißt du, der Gemstone, der letzte Gemstone. Der Plotwist, der Plotwist, der Plotwist. Der ist Tauend von der Ugulele, wenn du damit ein Gegner trommst. Okay, Jens, noch 30 Gemstone mit den Gemstones. Ja, 30, das 30 Gisten-Quartier. Nein, 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 nein. Du kannst deine doppelten Skins rerollen. So. Äh, nee, ich werd jetzt keine, keine Ange-Ange-Sons aufgeben. Nee, aber du hast die Bahnen aus. Du kriegst ja vor allem noch so viele Skins, weil du so viele doppelt hast, die du rerollen kannst. Den kann ich mir eigentlich jetzt direkt holen. Ja, cool. Ja, mach mal, mach mal, bevor du's pickest. Reroll into Rent-Lift. Activate Rent-Lift. Cool. Der ist sehr schön. Boom. Nice. Drunter? Zwei nach unten, eins nach links. Das ist Farad, du, Vladimir. Drück drauf, drück drauf. Du, du, du. Und jetzt drück auf Upgrade-Skin-Skin. Ja, Alter, Alter. Ja, wahrscheinlich. Skin ist einfach wirklich sehr schön zu Skin in diesem Game. Der ist nicht fucking Pie-Fat, der ist fucking... Oh, der ist einfach... Der ist fucking Gold. Dein Nivea-Skin, der muss. Ja, komm, der muss auch, ist okay. Der ist auch gar nicht so schlecht. Du musst vor allem einfach alle Nivea-Skins-Skin. Was ist das denn mit Ternals? Einfach, einfach um Dominanz zu zeigen. Zweimal Blitz-Bank, deswegen. Zweimal Blitz-Bank. Zweimal Blitz-Bank, mega. Kann man die rerollen eigentlich? Die kann man hier disenchanten. Und den kann ich disenchanten, freulich. So. Ja. Wer war... Äh, äh. Was? Wie dem war? Ja, denk dran, jedes davon kannst du... Da sind die Sport-Kapseln! Also das alles... Ja, denk dran, jedes Emote ist ein neues Emote, wenn du das schon hast. Okay. Ja. Ja. Jetzt werde ich hier angeschrieben, was soll das? Schmeckt ja, äh. So, der hier. Machen Sie bitte, danke. Direkt re-roll oder den nicht disenchanten für die, äh, Dings da, oder? Mein reroll nur, mein disenchantet nicht. Ja, ne, der wirklich... Der du schmerzt, egal. Das kann es so sein, geil. Fuck. Leckt so hart bei mir gerade, das ist absolut disgusting. Der sieht irgendwie geil aus. Oh mein Gott, der ist so geil. Der ist so creepy. Boom. Der ist nice. Uh, der ist mega nice. Mach aber die Auslösung und deine Arcane-Skins weg, die kriegst du nie wieder. Nice. Boah, jawoll Junge, jetzt ist es zum Yorick-Man. Wahrscheinlich. Also der, der... Den würd ich... Den würd ich mir zweimal craften, der ist so hübsch. Der sieht halt auch wirklich... Der sieht aus wie der Schrei. Das ist schon geil. Ja. Perfekt. Und pfff. Der beste Jo, der beste Warwick-Skin. Wurzig gewünscht. Nein, du musst dreimal, nimm den dreimal, bitte. Nein, nein, nein. Der ist so schön. Wenn du ihn dreimal reinmachst, kriegst du ihn nochmal raus. Oh, der ist geil. Ja, ich werd jetzt mal wieder hier ein bisschen mehr Elite spielen. Hab ich ja sonst auch gemacht. Ja, ich glaub das war's. Also ich find frei gesprochen sehr gut. Schöne Farben, schickes Design auf jeden Fall. Too much Animation, aber... War bisschen buggy leider, aber... Du hast ein paar Elemente immer wieder wiederholt. Das fand ich jetzt auch nicht so gut. Also die Person sollte im Vordergrund stehen und nicht bis auf der Präsentation. Okay.